Also, der Rhythmus hat zwei Teile und wir machen zuerst den ersten Teil vor. Das war der erste Teil. Den wiederholen wir jetzt zweimal zum Mitmachen. Und zurück. Hand. Jetzt kommt der zweite Teil. Der ist ein bisschen komplizierter. Der geht so. Wir machen es ganz langsam. Das war der zweite Teil. Zurück zum Ausgang. Zweiter Teil. Und. Und nochmal. Und. Und ein letztes Mal. Und. Und jetzt machen wir beide Teile zusammen. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und wir werden langsam jetzt schneller. Und. Und wir werden langsam jetzt schneller. Und. 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 und.